Markierung ist da! Bewegt euch! An die Zur Regierung vorne! Vorsicht! Sechs von Charlie ist uns unter Kontrolle. Sie werden schwächer, aber es ist noch lange nicht vorbei. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Schauen wir zu meiner Markierung vor! Gefahr! Hier! Wer hat hier das Sagen? Fehl markiert! Wir beobachten einen Fortschritt. Zur Markierung, Feuerritten! Kommt schon! Feinde kontrollieren jetzt Sektor Echo. Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. ECHO 1 wird gesichert. Wir haben ein Ziel gesichert. Wir holen uns das Ziel noch! Seid vorsichtig da draußen. Gegner haben Sektor Delta besetzt. Wir fehlen noch nicht! Wir sind in der Nähe! Feins organisiert! Hier ist es nicht sicher! Verbündete Einheiten haben Ziel Echo 1 gesichert. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Zu meiner Markierung, Frau Rücken! Die Kälte sind in der Mitte. Die Kälte sind in der Mitte. Ein Deknopf! Verbündete Kräfte attackieren Echo 2. Ich werde einen Nachladen! Unsere Truppen kontrollieren Sektor Echo. Ziel erobert und gesichert. Sie greifen eines unserer Ziele an. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen Sie jeden Sektor ein. Wir haben soeben Sektor Delta eingenommen. Unsere Streitkräfte haben Alpha 2 gesichert. Wir haben fast alle Sektoren gesichert. Gebt den Russen keine Chance, sie zurückzuerobern. Markiere Bedrohung! Versuchen wir es damit! Sektor Echo unter Feindkontrolle. Schlecht! Verbindung verletzt! Sie haben viele Truppen und Material verloren. 50 Prozent, um genau zu sein. Wir werden von hier aus alles überwachen. Wir werden von dir rauskampfen. Wir sind aus! Wir sind aus! Wir sind aus! Wir sind aus! Komm da! Wir haben die Hälfte unserer Ressourcen verheizt. 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 Scheiße! Soldat am Boden! Bleib zurück! Ich bin hier! Ich helfe mir! Das war höllisch knapp! Unsere Truppen haben Sektor Charlie, Herr Overt. Feindliche Streitkräfte bei Charlie 1. Gute Arbeit! Der Großteil der Sektoren ist in unserer Hand. Stay away from me! Fasten mit den Schmerzen gewinnen! Stay away from me! Stay away from me! Stay away from me! Stay away from me! Abonniert! Hefe ist nicht weg! Oh! Werfen Granate! Die Gegner haben gesagt, die Heschel herubert. Sie sind entkräftet. Haltet die Ziele. Sie zacken Ihre Reserven an, damit Ihr letztes Aufräumen. Sie sind entkräftet. 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 Gute Arbeit, Notpads. Das war ein höllischer Kampf. Ja, Angel, wie man ihn kennt. Seid nicht traurig. Manchmal läuft es eben nicht optimal. Ihr solltet doch Schritt halten. Das war's für heute. Hey, wir kriegen das hin. Man, all vibration. Man, all vibration. All image ready. Look at the end of the day. We were in the old townhouse, and we were in the old townhouse. They're from the old townhouse. So we不行, they're from the old townhouse. It's all about the old townhouse. All right. Wir sind in der Markierung. Wir haben Sektor Fox-Todd gesichert. Wir haben eben ein Spiel erobert. Die Russen kontrollieren die meisten Sektoren. Wir sind runter auf 50% Truppenstärke. Alliierte Truppen haben Sektor Bravo eingenommen. Anfrage erhalten. Fahrzeug ist freigegeben. Wir haben Sektor Charlie, Herr Oberth. Ich brauche eine Mission! Unsere Kräfte sind unterwegs zu Alpha 3. Sektor Alpha jetzt sicher! Alpha 1 unterbrechen. Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. Untertitelung des ZDF für Sektors. Die Russen haben Sektor Charlie. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Zeit hat Mehrheitskontrolle. Alliierte nehmen Ziel Delta-1 unter Beschuss. Alliierte Truppen halten jetzt Sektor Delta. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Es wird der Abfuhrung sofort. Haltet diese Sektoren. Der Feind wird schwächer. Markiere Ärger. Ich bin schon dicht dran. Das war nicht schlecht, oder? Genießt den Moment, solange es geht. Lief gar nicht schlecht, aber ich will nicht angeben. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Lassen wir sie nicht warten. All hands on deck, all hands on deck, all hands on deck. Man, oh my gosh, man, oh my gosh. All hands on deck, all hands on deck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alliierte Einheiten sichern Foxtrot 2 Die Russen haben Sektor Charlie Ziel gesichert Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein Die Ressourcen für Versorgungsabwurf verfügbar Die Hasensektor Bravo erobert Verbündete Truppen sichern Data rein Friendly's dying I'm under fire Stay away, stay back Unsere Truppen haben Sektor Echo vollständig eingenommen Alliierte nehmen Ziel Delta 1 unter Beschuss Sektor Charlie ist unter unserer Kontrolle Wir sollten uns die Position darstellen Ressourcen Verkandauen Sieg Fertig Sektor 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 Dramatis Sektor 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 ARRIERTE TORTENPALEN Jetzt Sektor Delta. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Delta 1 wird belagert. Wir beobachten euren Fortschritt. Lagebericht. Die Russen felgen über die Karte. Das darf so nicht weitergehen. Russischer Angriff auf eines unserer Ziele. Wir haben ein Ziel übernommen. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feit hat Mehrheitskontrolle. Sie sichern Eifer 2. Sie haben Sektor Foxtrot. Der ist weg. Der ist weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir verheißen Ressourcen, um im Spiel zu bleiben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Markiere Ärger, 115, Distanz 170 Meter Wir greifen bei Bravo 1 an Wir werden mit den ZDF für funk, 2017 Wir müssen es uns zurückholen. Langsam schwächen wir sie. Wir müssen nur zusammenhalten. Wir haben Sektor Charlie erobert. Bravo 2 ist eines unserer aktiven Ziele. Bravo 2 ist sicher. Wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen uns zurückziehen. Was ist das? Bravo 2 unter russischem Beschuss. Sektor Delta gesichert. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Einige unserer Truppen kümmern sich um Bravo 1. Wir haben die Kontrolle über Sektor Foxtrot. Alliierte Truppen nehmen sich Bravo 1 vor. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Keep back! Do not approach me! Keep back! Don't come over here! Ah! Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Bekommen hier! Geh ab! Schnauze nach, sichert mich! Ziel erobert und gesichert! Wir reiben Sie auf. Weiter so. Wir sind schon auf halbem Weg nach Hause. Bravo 2 wird belagert. Feindliche Streitkräfte bei Charlie 1. Ich brauche noch schnellste Hilfe. Ich bin der Maquieren. Ich bin der Maquieren. Ich bin der Maquieren. Ich bin der Maquieren. Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Die Russen haben Sektor Foxtrot. Wir haben gerade die Kontrolle über ein Ziel verloren. Ich bin der Maquieren. Alliierte attackieren Charlie 1. Die Russen kontrollieren die meisten Sektoren. Ich bin der Maquieren. Ich bin der Maquieren. Ich bin der Maquieren. Sektor Alpha unter Kontrolle. Ich bin der Maquieren. Ich bin der Maquieren. Sekunden Hijyu. Sekunden. Wir grüßen uns. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Alle Foxtor-Ziele unter unserer Kontrolle. Sektor gesichert. 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 Ich hab's im Geth! Neues Ziel unter Kontrolle. Für hinter den Markierungen vorwecken! Schild hoch! Eingehnapping! Alle ersten Truppen haben Rektor Bravo eingenommen. Gute Arbeit! Der Großteil der Sektoren ist in unserer Hand! Flammen geunneutralisiert! Ihre Ressourcen sind so gut wie erschafft. Flammen geunneutralisiert! Alliierte Einsatzkommandos, Heroband Alpha 3. Sie haben Sektor Charlie besetzt. Wir haben ein Ziel übernommen. Sie ziehen sich zurück. Gute Arbeit, No-Pets. Ihr habt euch einen Haufen Freunde gemacht. Das war nicht schlecht, oder? Ja, Angel, wie man ihn kennt. Harte Arbeit, kein Spiel. Die Welt verhar Ensignal sind im Rahmen von兒, VersteHellen und in der Tiefe Fahnen. Ich bin in der Tiefe Fahnen in der Tiefe. Das war nicht, was Gute. Aber ich bin in der Tiefe Fahnen! Ich habe mich gefragt, warum ich mich das sind. Lassen wir sie nicht warten. 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 Lassen wir sie nicht warten.